Hallo, schön, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute ein kurzes Video für euch, nämlich bald ist Kindertag und das zu dem Thema, Esmeralda, weißt du es? Frieden. Genau, zum Thema Frieden. Und dafür wurde ein ganz tolles Lied geschrieben von dem Ralf und das wollen wir euch heute einmal vorstellen. Aber ehe wir damit anfangen, wollte ich doch einmal die Esmeralda noch fragen, was für sie Frieden bedeutet. Dass die Menschen sich nicht streiten. Genau. Und dass sie sich lieb haben, die Menschen. Genau. Toll. Ich würde sagen, wir legen gleich los und stellen euch das Lied einfach mal vor. Viel Spaß dabei. Wir wünschen uns den Frieden, er tut uns allen so gut. Gemeinsam, ja, so kann es gelingen, den Frieden zu schaffen und Frieden zu bringen. Jesus, schenke uns Frieden, Frieden, der heilt und berührt. Gemeinsam, ja, so kann es gelingen, den Frieden zu schaffen und Frieden zu bringen. Wenn wir uns nicht vertragen, wütend sind und schlechtes sagen, lass uns zuhören und reden und den Streit zur Seite dann legen. Wir wünschen uns den Frieden, wir wünschen uns den Frieden, er tut uns allen so gut. Gemeinsam, ja, so kann es gelingen, den Frieden zu schaffen und Frieden zu bringen. Meine Hand möchte ich reichen, dir zur Versöhnung als Zeichen. Komm, wir wünschen uns den Frieden, wir wünschen uns den Frieden, er tut uns allen so gut. Gemeinsam, ja, so kann es gelingen, den Frieden zu schaffen und Frieden zu bringen. Gutes tun, Liebes sagen, Frieden wollen wir weiter tragen. Gemeinsam, wir wünschen uns den Frieden, wir wünschen uns den Frieden, er tut uns allen so gut. Gemeinsam, ja, so kann es gelingen, den Frieden zu schaffen und Frieden zu bringen. den Frieden zu schaffen und Frieden zu bringen. in der Videobeschreibung oder lasst Mama und Papa nachgucken, da findet ihr das Bild, was wir, was ich gemalt habe. Dann könnt ihr das auch ausmalen und dann hört ihr euch einfach das Lied noch einmal an und malt dazu. Oder sucht euch euer Spielzeug, euer Kuscheltier und alles, was ihr gesehen habt, das könnt ihr einfach alles nachmachen und mitmachen. Und dann habt ihr das Lied ganz, ganz schnell auch in eurem Kopf und ganz besonders in eurem Herzen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann.